Das ist ein Erfolg, alles Gute, bitte weiter. Dass es immer einen Weg gibt, auch wenn man manchmal glaubt, man findet nicht den Richtigen. Ich habe den Masterstudiengang Embedded Systems im Fachbereich Informatik studiert. Hierzu war die Einführungsveranstaltung sehr gut geeignet. Hier konnte man erste Kontakte pflegen. Konkret war es auch bei mir so, dass sie sich über den ganzen Studienverlauf anhand der Einführungsveranstaltung, also wie alle immer, sehr gut in Kontakt geblieben sind. Und auch die Labore und Präsenzveranstaltungen vor Ort waren ein relativ gutes Mittel, um die Kontakte aufrecht zu erhalten. Es war alles relativ unkompliziert. Das Netzwerk Study Online und auch die Kommilitonen in den Präsenzveranstaltungen konnten eigentlich immer gemeinsam zur Problemlösung beitragen. Der Service, muss ich sagen, war echt super. Also man konnte die Studiengeschwindigkeit so anpassen, wie man es gebraucht hat. Bei mir persönlich war es eigentlich so, dass ich schneller studiert habe, auch mit meinen Kommilitonen. Und hier war es auch relativ unkompliziert. Eine Mail und man hat am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen das neue Studienmaterial. Also Service, muss ich echt sagen, ist echt super. Cool. Cool! Untertitelung des ZDF, 2020